Große Neuigkeiten, Fanta und Sprites sind nicht wirklich gesund. Also falls du das noch nicht wusstest, mir war das früher nicht so klar. Ich habe mir gedacht, hauptsache trinken, egal was es ist. Kaffeetrinkerin war ich nie, dementsprechend habe ich nie versucht, meinen Flüssigkeitshaushalt mit Kaffee abzudecken. Es gibt bestimmt auch einige Menschen, die das versuchen. Funktioniert nicht wirklich und genauso wenig kann man eigentlich meiner Meinung nach sagen, dass man einfach zwei Liter Fanta pro Tag trinkt und dann genug Flüssigkeit zu sich genommen hat. Denn ja, hast du zwar eigentlich schon theoretisch, aber gleichzeitig hast du noch wahnsinnig viel Zucker konsumiert und künstliche Farbstoffe und alle möglichen anderen Zutaten, die in diesem Getränk drinnen sind, die dir eigentlich nicht gut tun. Und ja, bei Sprites gleiche bloß ohne den Farbstoff. Aber sagt man, naja, es schmeckt doch gut und Wasser ist langweilig, was soll ich denn trinken? Dann habe ich eine sehr gute Alternative für dich und zwar etwas, das besser ist als Fanta und Sprite. Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Heute geht es um eine Alternative für diese zwei Softdrinks und die ist so einfach, dass ich nicht weiß, warum das nicht eh schon jeder macht. Und zwar nimmst du einfach eine Flasche Mineralwasser oder auch Sodawasser. Am besten, eines, das geschmacksneutral ist, weil es gibt ja auch so Alka-Seltzer in Deutschland und ich glaube, das schmeckt ein bisschen anders. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es also nie getrunken, aber für wundere Deutschen zu sehr dieses Detail am Rande. Also du nimmst dir ein Wasser oder Mineralwasser, irgendwas mit Sprudel drinnen. Du kannst doch so eine Cube Sodamaschine verwenden und das selber sprudeln lassen, das Wasser oder so eine ganz alte Siphonflasche. Dann fügst du hinzu zwei weitere Zutaten und zwar die erste, entweder frischen Saft oder ätherisches Öl. Bei Fanta wäre das Orangenöl oder Orangensaft und bei Sprite am besten Limettensaft oder Zitronensaft, wenn du keinen Limettensaft zur Verfügung hast. Bei Limetten wäre es noch am allerbesten, wenn du reife Limetten kriegst, nimmst. Und zwar sind die schon ziemlich gelb. Oft sieht man ja im Laden total grüne Limetten, die auch wahnsinnig hart sind. Die sind eigentlich noch gar nicht reif. Das Blöde bei Zitrusfrüchten ist, dass die nicht nachreifen, wenn sie mal gepflückt sind. Also achte gleich beim Kauf drauf, dass die reif sind. Alternativ kannst du aber auch ätherisches Öl verwenden in Lebensmittelqualität. Also ätherisches Orangenöl für Fanta und ätherisches Zitronen- oder Limettenöl für Sprite. Naja, jetzt schmeckt es ja. In Österreich sagt man aber wie ein Sodazitron, wenn man da jetzt nur Zitronensaft und Mineralwasser mischt. Ja, und daher gibst du auch noch einen Süßstoff deiner Wahl hinzu. Und da würde ich dir raten, nicht normalen Zucker zu verwenden, denn dann wäre es schon wieder fast das gleiche wie das Originalgetränk. Sondern stattdessen zum Beispiel Xylitol auszuprobieren, das ist ein Birkenzucker, der ist auch gut gegen Karies, hat keine Fruktose, einen sehr niedrigen chemischen Index und insgesamt auch weniger Kalorien aus normaler Zucker. Und ja, ist sehr neutral in seinem Geschmack, eignet sich also ausgezeichnet. Oder wenn dir wichtig ist, da gar keine Kalorien vom Zucker dabei zu haben, würde ich Stevia verwenden. Stevia ist an und für sich eine Pflanze und du kommst mit sehr, sehr süßen Blättern. Die Blätter kann man trocknen und zermahlen, reiben und dann hast du ganz, ganz süßes Pulver einfach aus den Blättern. Mittlerweile gibt es Stevia allerdings auch in sehr, sehr verarbeiteter Form. Also wenn du dich dafür entscheidest, sei es als Pulver oder als Tropfen, dann achte bitte auf die Inhaltsstoffe, dass da so wenig drinnen ist wie möglich, abgesehen vom Stevia. Ja, und das mischst du jetzt einfach ab, ganz nach Geschmack und dann hast du, tadaaa, etwas das besser ist als Fanta oder Sprite. So einfach war das schon. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der war ziemlich übergewichtig, der hat sich jeden Tag zu Hause circa zwei Liter Softdrinks reingezogen. Meistens Sprite oder Cola. Was der außerhalb gemacht hat, weiß ich nicht, weil ich noch mehr Zeug geprunken habe. Ich habe ihn, glaube ich, nie Wasser trinken gesehen. Und der wollte abnehmen und dann hat er schon nichts mehr gegessen und nur noch Proteinshakes sich reingezogen. Aber an den Softdrinks, von denen ist er nicht weggekommen. Und ich glaube, das liegt einfach sehr daran, dass da so viel Zucker drinnen ist, dass man nach diesem Zucker und nach dieser Energie giert. Und probiert bitte nicht als Alternative einfach die Light-Version zu verwenden, denn da ist dann meistens Aspartam drinnen und dazu gibt es unendlich viel Information, warum das eigentlich auch gar nicht so gut ist für dich, falls du das noch nicht weißt. Also ja, probiere lieber Stevia-Xylitol zu verwenden, einfach Mineralwasser zu kaufen und da eine Geschmacksrichtung deiner Wahl in ätherischen Ölen oder mit einem bisschen Saft reinzugeben und dann so zu süßen, wie es für dich passt. Nur erst merken, dass du dich daran gewöhnst, dass da weniger und weniger Süße drinnen ist und dann irgendwann, vielleicht gibt es wieder wo ein Cola, ein Fanta oder Sprite, was auch immer und dann nimmst du einen Schluck und merkst, dass das eigentlich ganz, ganz furchtbar klebrig ist. Ja, Cola hat allerdings auch schon seine guten Seiten, was ich damit meine, werde ich dir mal in einem anderen Video zeigen. Aber bis dahin hoffe ich mal, dass dir dieses Video gefallen hat, dass es für dich hilfreich ist. Vielleicht hast du auch jemanden, der mit Softdrinks Probleme hat oder jemanden, der gerne abnehmen möchte und du siehst da so, von außen sieht man das ja meist besser, dass der Mensch einfach nur mal Softdrinks weglassen könnte und da wahrscheinlich dann schon einen Gewichtsverlust feiern würde. Man bedenkt, ein Liter Softdrinks, Cola, Fanta Sprite, ziemlich ähnlich hat in etwa so 400 Kalorien. Also mein Mitbewohner hat da mit seinem Doppelliter pro Tag 800 Kalorien getrunken, nur zu Hause. Und das ist so viel wie ungefähr 100 Gramm Fett. Also 100 Gramm pures Fett haben 900 Kalorien, im Körper sind es etwa 700, weil da das Fett auch mit Wasser gemischt ist. Und ja, wenn du da also so einen Doppelliter Softdrink konsumierst, trinkst du in 10 Tagen in etwa das Äquivalent von einem Kilo Fett. Muss nicht sein. Also keine Leitprodukte, keine normalen Zuckergetränke. Probier mal das aus, gib mir Feedback, ob es bei dir funktioniert hat, ob das eine gute Alternative ist für dich. Du kannst natürlich auch alle anderen Geschmacksrichtungen dieser Welt nachmachen, kannst dir frische Beeren reinwerfen in dein Mineralwasser, Minze ist super gut, Limette und Minze ist ein kleiner alkoholfreier Mojito. Warum nicht? Probier einfach aus, was dir schmeckt. Ich würde mich freuen über einen Kommentar, ob es dir geholfen hat. Ein Kommentar, welche Geschmacksrichtungen du ausprobieren wirst. Vielleicht auch etwas, was ich als nächstes filmen könnte. Schreib mir das alles unterhalb rein. Wenn dir der euch gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Gefällt mir oder wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mehr von mir sehen willst und wenn du überhaupt Details von mir haben möchtest, die ich nur meinen E-Mails teile, dann komm rüber auf rotopia.com und melde dich dort zu meinem Newsletter an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei rotopia. Ciao! Bei Fanta Zitronensaft oder auch Limettensaft, den finde ich noch viel, viel besser. Und bei... Nein, das war bei Sprite. Bravo! Bei Fanta Zitronensaft